Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EnderKids. Wir spielen heute das Kid Polizist und der Polizist startet mit einem Schlagstock, mit dem er Gegner zurückwerfen kann und wird von seinem Wachhund begleitet. Außerdem gibt es jetzt 5 neue Kids und zwar Tintenfisch, Dieb, Techniker, Katze und Zielsucher. Die habe ich mir natürlich sofort gekauft und jetzt Leute, guckt mal, ich hatte über 300.000 Coins, jetzt habe ich nur noch 40.400 Coins. Das bedeutet, wenn jetzt wieder neue Kids kommen, muss ich mir die dann auch wieder vielleicht ein bisschen sparen hier. Aber das kann vielleicht jetzt noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall kamen die Kids ja jetzt ziemlich schnell nacheinander. Im Hintergrund sehe ich gerade noch so das Niederlande Spiel, beziehungsweise die Analytics davon, denn das Niederlande Spiel ist schon seit einer Viertelstunde aus. Die haben 3-0 gewonnen gegen Brasilien. Brasilien musste einiges einstecken, tut mir echt leid für die. Aber ich bin happy und so kann es auch nur in die Runde gehen. So, erstmal so, dass mir das Herzen nicht ständig runterrutscht. So, in 4 Sekunden geht es los. 4, 3, 2, 1, go. Okay, 5 Eisen, not bad. Okay, wir haben einige gute Sachen. Okay, perfekt. Okay, okay, okay. Leute, wir haben echt einen guten Start. Das muss man einfach mal sagen. 10 Eisen. Das ist schon echt nice, wenn wir jetzt auch noch Diamanten hätten. Wäre das perfekt, ein Bogen. Okay, was zu essen haben wir auch. Mal gucken. Mal gucken, ob die Runde was wird. Ich habe herausgefunden, dass der Hund nur dann Leute angreift, wenn du sie bereits schon einmal angehittet hast. Das ist nämlich ziemlich cool, denn ich habe in den letzten Runden bemerkt, dass der Hund echt ganz schön viel Schaden macht. Also, das ist nicht so ein Lobob, wie viele gedacht haben. Ja. Ja, Leute. Das ist echt nicht so ein Lobob. Ich glaube, der greift die Leute deshalb nicht an, denn es könnte ja sein, dass du mit demjenigen ein Team machst und wenn du ihn dann nicht angreist, dass dann der Hund denjenigen dann auch verschont. So kann es ich mir erklären. Es leckt bei mir. Geil, mein Kampus war weg. Egal, auf jeden Fall gehe ich jetzt hier erstmal hoch und haue erstmal von diesem Delfin hier ab. Okay, da hat mir zum Beispiel mein Hund jetzt auch wieder ein bisschen geholfen. Der hat den jetzt auf jeden Fall angegriffen. 32 Blöcke. Du kommst jetzt erstmal her und du wirst jetzt sterben. Es tut mir leid, aber du musst sterben. Ich möchte auf jeden Fall... Oh, ich möchte diese Schuhe haben. Alter, er hat sich selbst vergiftet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat sich einfach mal selbst vergiftet. Ja, was, was, was denn mit dir los? Okay, läuft auf jeden Fall bei ihm. Alter, und jetzt, und jetzt ist er weg. Alter, Mann, ich wollte ihn doch noch so gern töten. Er hat sich jetzt doch selbst vergiftet. Ich, ich wollte doch nur sehen, wie er sich vergiftet hat. Oh Mann. Oh Mann. Oh, da hatten wir hier einen kleinen Hai. Sowas aber auch. Da wollte er mich ernsthaft töten. Sowas Gemeines. Ich wollte ihm doch gar nichts Böses. Da wollte er mich einfach töten. Ach, 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 die Jugend von heutzutage. Die ist doch einfach nur gemein. So, den Bogen haben wir auch. Das ist gut. Den müssen wir jetzt nämlich ein bisschen mehr verwenden, so wie es aussieht. Denn wir haben nicht gerade viel Leben, um da jetzt vielleicht eventuell noch was zu reißen. Deshalb, Leute, müssen wir jetzt echt ein bisschen Acht geben hier. So, 109 Blöcke. Das ist gut, dass hier die Person etwas weiter weg ist. So. Ich renne aber einfach mal auf ihn zu. Hier. Doch, dann kann ich den Schlagschuck eh noch runterpacken. Ich glaube, der hat jetzt diesen Diamantbrustpanzer. Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt aber nicht so sicher. Also, dass sich der eine da jetzt gerade selbst vergiftet hat. Das fand ich echt gerade ein bisschen lustig. Aber sonst, ja, gut. So. Okay, unter Wasser ist auf jeden Fall jemand. Ich schätze einfach mal, er ist Delfin oder sowas. Ey, komm her. Komm her jetzt. Er spammt noch ein bisschen mit dem Bow. Aber trotzdem habe ich ihn erledigt. So, Leute. Rache ist Blutwurst. Das heißt nicht umsonst so. So. Erstmal brauche ich hier die schönen Eisensachen, ja? Die möchte ich immer gerne haben. Oh, oh. 45 Blöcke. Davon ist auch schon der nächste. Da ist er auch schon. Der Monsieur. Boah, da habe ich ihn noch bekommen. Boah, das war jetzt richtig knapp. Also, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nada damit gerechnet. Also, wirklich überhaupt nicht, dass ich den jetzt noch packe. Okay, ich muss aufpassen, denn ich werde jetzt wahrscheinlich dann gleich geportet. So, den Schlagstock schmeiße ich jetzt auch weg. Den brauche ich jetzt nicht mehr, denn ich möchte eigentlich ja nur diesen Dings haben. Oh Mann, Leute. Ich möchte doch nur diesen Helm. Okay. Gut, passt schon. Wir haben jetzt einen besseren Helm. Und wir haben echt ein paar gute Dinge. Das muss ich ehrlich gesagt gestehen. Wir haben echt ein paar gute Dinge. Aber vielleicht reicht das ja noch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir uns vielleicht auch noch die Schuhe machen. Jeder Rüstungspunkt ist entscheidend. So sehe ich das immer. 61 Blöcke und uns fehlen drei Herzen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Es kommt jetzt echt drauf an, was der für eine Ausrüstung hat. Na gut, er hat noch Lederschuhe an. So wie ich sehe. Und eher eine Goldausrüstung. Aber der wurde jetzt glaube ich geportet, oder? Okay, da ist er down. Gut, dann haben wir jetzt noch den letzten. Aber das Problem ist, was mir jetzt erst aufgefallen ist, unser Wachhund ist tot. Das bedeutet, ich kann das Polizeikid gar nicht richtig zeigen. Das war quasi eine kitlose Runde. Denn der Polizeihund stirbt ja so schnell. Das ist ja das Problem. Also das hätten sie meiner Meinung nach noch anders machen können. Und zwar, dass der Hund nicht so schnell stirbt. Das macht ja echt sonst keinen Sinn. Ich meine, das war jetzt echt ein bisschen Kacke. Hier so, zack. Dann Leute, machen wir uns hier ein paar Eisenblöcke. Für den Golem eventuell. Oh Kacke. Jetzt haben wir... Okay, wartet. Einen Goldapfel können wir uns machen. Einen Goldapfel. So, und da wir sowieso kein Feuerteufel sind, esse ich den jetzt einfach. Und den greifen wir jetzt auch gleich an. und da wurden wir noch geportet. Und jetzt mal den entscheidenden Schuss hier. Das kann es ja nicht sein. Rang der Regeneration und drauf. Einfach drauf jetzt. Okay. GG. Da habe ich die Ender Games jetzt aber echt noch mal ganz schön knapp gewonnen hier. Ich dachte, das war es jetzt. Aber da haben wir es doch noch geschafft. Auf jeden Fall, Leute. Gehe ich jetzt erst mal hier zum Spawn. Ich wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich weiß, warum ich gewonnen habe. Das war einfach der Triumph der Niederländer. Holland forever. Also, was mich interessieren würde, für wen seid ihr im Finale? Seid ihr für Deutschland? Wie dieser süße Mann da? Oder seid ihr für Argentinien? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Das würde mich echt sehr, sehr freuen. Außerdem schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dieses Kit so fandet. Ich muss sagen, ich finde, wenn man ohne Kit spielen möchte, sollte man dieses Kit hier nehmen, den Hund umbringen lassen und einfach den Schlagstock wegwerfen. Dann spielt man quasi ohne Kit. Und ich würde sagen, das war es schon mal. Haut rein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ciao. Shoo. Boah. Boah. ��